Goldene Weihnachten. Mein RTL. Goldene Weihnachten. Schönheit. Ich habe Angst vor ihr. So grausam, dass ihr alles zerstört. Ich brauche ihr Herz! Mut. Was macht dich so verdammt kostbar? Du solltest es wissen, du jagst mich doch! So groß, dass er das Böse bezwingen kann. Und Liebe. Du wirst Königin im Himmel sein. So stark, dass sie den Tod besiegt. Snow White and the Huntsman. Am ersten Weihnachtstag, 20.15 Uhr. Goldene Weihnachten. Herzlich willkommen zu 10 Jahre Bauersuchfrau. Das Scheunefest mit den beliebtesten Bauern. Eure Liebesgeschichte hat ja auch für Welten gesorgt. Mit vielen prominenten Gästen. Ich war ja auch so ein Fan der ersten Stunde. Leona Wurst von Hans-Georg. Das sind nicht all die kleinen Tierchen, die die vorher so lieb haben. Und mit einem romantischen Jahr. Hier ist deine Brauch. 10 Jahre Bauersuchfrau. Das große Jubiläum. Montag, 20.15 Uhr. Goldene Weihnachten. Mein RTL. Die lustigste Bescherung. Überraschung. Gibt's am zweiten Weihnachtstag. Ganz genau. Fröhliche Weihnachten. Mit Madagaskar 3. Am zweiten Weihnachtstag um 20.15 Uhr. Goldene Weihnachten. Sie sind klein. Sie sind schlau. Sie sind mutig. Und immer auf der Flucht. Vor den Großen. Fantastische Bilder. Erstmals aus ihrer Perspektive gefällt. Von den Machern von Planet Erde. Erzählt von Comedy Queen Anke Engelke. Hidden Kingdoms. Im Königreich der kleinen Tiere. Am ersten und zweiten Weihnachtstag. 17.40 Uhr. Heute. Draus von der Hauptstadt kommt er rein. Hallo Berlin. Hier ist DJ Etsy. Weihnachten kehrt auf bei Mario ab. Danke. Was möchtest du trinken? Einen schönen warmen Kartoffelsalat. Drum hat er für jeden, der nicht lacht, die Rute mitgebracht. Na, du Schlampe. Die Werte von Blinz. Die neuen Folgen. Willkommen bei Mario Bart. Heute 0 Uhr. Goldene Weihnachten. Spieglein, Spieglein. An der Wand. Dieses Märchen kennt das ganze Land. Sie ist die Auserwählte. Doch fantastischer. Ich sagte doch noch weg. Wer hat das getan, wirst du jetzt tot. Cooler. Du siehst verführerischer aus mit Röste. Die Königin will mich töten. Und aufregender. Also wer reitet mit mir? Haben sie Schneewittchen noch nie erlebt? Snow White and the Huntsman. Am ersten Weihnachtstag, 20.15 Uhr. Die besten Filme erkennt man am Movistar. Der Filmtipp von TV Movie. Von TV Movie Digital XXL. Morgen. Als Maurice zwei Jahre alt war, musste sein Vater Deutschland verlassen. Auch wenn ich ihn nicht kenne, lieb ich ihn genauso wie ein Kind, das sein Vater liebt. Ich hoffe, ich finde ihn. Sandra startet die schwierige Suche in Südkorea. Zwischen 110 und 114. Wir sollen ihn da finden. Sogar die Polizei will helfen. Ich habe den jüngeren Bruder von Hensu ausfindig gemacht. Gibt es am Ende der Welt ein Wiedersehen? Meinst du, sind die überhaupt noch richtig? Vermisst. Die neuen Folgen. Morgen 19.05. Goldene Weihnachten. Sie möchten zurück in die Heimat. Ab nach New York City. Und dafür setzen sie alles aufs Spiel. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Doch diese Frau will ihren Kopf. Jetzt kriegt ihr's mit mir zu tun. Kapitel Chantal, die Boachtierfängerbehörde von Monaco. Ihr müsst uns verstecken, solange bis der Trubel sich gelegt hat. Lebt euch ins Zeug, ihr kriegt doppelt wie Bananenzuschlag. Tierisch fröhliche Weihnachten. So sieht's aus, Baby. Die Free-TV-Premiere. Madagascar 3. Am zweiten Weihnachtsdatum, 20.15 Uhr. RTL Event Kino. Ich brauche Zeit. So viel, wie sie mir verschaffen können. Alle für einen. Wir können das beenden. Einer für alle. Du seid immer in meiner Nähe. Wo du auch hingehst. Die letzte Schlacht. Harry Potter. Komm her und stirb. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Teil 2. Morgen, 20.15 Uhr.